Hallo, werte Spieleflugsurfer, willkommen zurück zum Let's Play The Wolf Among Us und wir steigen auch direkt ohne große Schnörkel wieder ins Spielgeschehen ein. Bigby, ich glaube, dass du eine Art und Weise verabschiedet hast, was ist gut. Es ist nur, dass ich mich gefragt habe, ob ich in es muss. Du musst mich nennen? Ich meine, es ist nicht so, dass Beast ever sehen würde, es ist nur, du wirst nicht wissen. Du musst mich zu lieben. Nicht lieben, einfach nicht mein Name, einfach zu sagen, dass du mit dem Klärchen oder was. Was? Du wirst, was du musst. Ich will nur wissen, dass das mir helfen würde. Well, hier sind wir. Welcher war es? Und sie möchte auf keinen Fall, dass Beast, also ihr Ehemann, etwas davon mitbekommen, dass Beauty hier arbeitet. Was, glaube ich, relativ logisch ist. Du musst hier nicht wirklich hier mit mir bleiben. Ja, ich mache es. Nur mach, was du musst. Was, glaube ich, relativ gut. Obwohl ich den 204 reingehen soll. Äh. Okay, 203 ist also beschäftigt. Sozusagen. 206 ist nix. 205 ist clean. Und 207. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Gehe ich jetzt in 204 rein, dafür habe ich jemanden in den Schlüssel? Oder gehe ich direkt in 207 rein? Klopfen werde ich nicht, weil vielleicht versteckt sich da ja jemand. Ich, pfff, ich gehe trotzdem mal in 204 rein. Kann ja eigentlich nix passieren. Dafür habe ich ja den Schlüssel, ne? So sehe ich es zumindest. Ich bin nicht sicher, warum sie in einem Ort haben, in einem Ort wie diesen Ort haben. Du hast die Schäuzeinspektoren durch hier sehr oft? Ich weiß nicht. Was denkst du? Findet was du recherchst? Ich habe nichts in hier erwartet. Aber ist das nicht, warum du hier bist? Warum hast du den Schlüssel? Nein. Der Schlüssel war nur, um sicher zu sein, dass ich das richtige Hotel gefunden habe. Das ist nicht das Raum, den Lilly hat er benutzt. Oh. Ja gut, okay. Wie gesagt, er wollte zumindest mal reingehen. Dafür haben wir ja den Schlüssel. Tja. Gehen wir jetzt direkt direkt mit 207 rein? Nein. Das Raum, in dem sie mitgetreten, war 207. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Gehe ich jetzt 207 rein? Ach, ich gucke mir jetzt die anderen an. Wer weiß. Vielleicht finde ich da ja noch irgendeinen Hinweis, der wichtig ist. Abgeschloss. Ich dachte, du hattest einen Schlüssel. Nicht an dieser. Hör auf, Bigby. Ich kann nicht nur dich in irgendeinem Raum, den du willst. Ich meine, was ist, wenn jemand da drin ist? Du kannst nicht nur in den Schlüssel gehen. Bitte. Oh, gut. Ach, jetzt hat sie doch einen Schlüssel. Siehst du nichts? Nein. Ah, okay. Wie gesagt, ich möchte sie mir zumindest anschauen. Vielleicht ist ja was drin. Wer weiß. Auch leer. Satisfied? Ja. Ja, ich habe es verstanden, Beauty. Komm, das ist der richtige. 207. Öffne diesen. Schloss ausgetauscht. Beauty! Ah, shit. Beast? Bigby? Wie könntest du das mit mir tun? Nein, Schüttel. Nein. Warte mal. Wie könntest du das tun? Wir haben alles zusammengekommen. Ich habe dich geholfen. Ich liebe dich. Das ist nicht das, was du denkst. Bitte. Du bist auf mich? Mit ihm? Nein, nein, Beast. Ich versuche, ich bin nicht. Ich helfe ihm. Das ist alles. Ich glaube. Ich bin sicher, dass du uns sehr gut helfen kannst. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was passiert hier. Nein, das ist nicht was ich meine. Das ist eine Verbrechung. Sie helfen mir. Stop lying to me! Was ist mit dir? Sie ist meine WIFE! Beast, listen zu mir. Es ist nichts zu tun. Ich bin... Hey! Bastard! Ich glaube, ich endlich sehe dich für die du bist. Stop! Stop es! Ist das du, zuhörst du es? Ich dachte, ich könnte dir glauben. Listen zu deinem WIFE. Just calm down. Beast! Nein, 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 nein. Lass es doch einfach sein. Was in der Hölle denkst du, was du tun hast? Du hast nicht mehr zuhörst. Sie ist meine WIFE, BigBee. Komm schon, ich will ihm nicht wehtun. Beast! Stopp! Beast, komm! Beruhige dich. Lass ihn mir! Das ist meine WIFE! Beast, nein! Oh nein, immer ich! Ich hatte eigentlich die Taste erwischt. Wieso bin ich da nicht ausgewichen? Hör da rauf! Jetzt hör doch mal auf, auf das Beast einzuschlagen. Oh nein, jetzt hör doch mal auf, auf das Beast einzuschlagen. Oh nein, nein, nein! Bigby. Was hast du getan? Was? Was ist das? Bigby. Look what you did to the door. You can't just act like this, whatever you... Stand back. You don't want to see this. Beauty, stay in the hall. What? Why? What's going on? Oh my god. Don't touch anything. Is this... is this... Lily met her client here. Mr. Smith. Whoever he is. And then? Must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty, what? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. I... so that's... Yeah. Still, this is no place for someone like you. I mean, look. Was anyone acting suspicious? Maybe moving a heavy piece of luggage or... He got the body out of here somehow. Jesus Christ. No. No, I didn't see anything like that. It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure, no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Ich frage mich, wie ein Biest überhaupt nach Augen haben kann, nachdem ich ihn da... Baby, what kind of a person could do something like this? Mit den Kragen angestremmert? So. Ach, Beauty, geh doch bitte einfach raus. Zwölf Uhr. Obwohl, wenn der Strom rausgezogen wird, blinken die ja auch auf zwölf. Sollen wir das jetzt irgendwas sagen? Ich weiß jetzt erstmal nicht was. Was hatten wir denn noch? Achso, die... Ja, jetzt kann ich's nicht mehr. Ich wollte eigentlich hier die Blumen vergleichen. Jetzt geht's nicht mehr. Grimms Märchen. Was ist das? Es ist ein Buch über Snow White. Auf Deutsch? Oder über die Monday Version der Geschichte. Ah, die Monday Version. Also die menschliche Geschichte. Also menschliche Version. Und so wurde sie Stevittchen genannt. Beautiful. The whole book is about her? Yeah. Fuji, Red Delicious, Empire. Ach, das ist die Frage, was das für eine Apfelsorte ist, oder? Mhm. Was she breathing? Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Flowers, too. He'd have had Lily lie down just like this. You mean, just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The coffin and the weird fixation on snow. What the hell is wrong with this guy? Ops. Da war dann das Soundfighter ein wenig zu früh vorbei. Beautiful. Fuji, Red Delicious, Empire, Washi Breathing. Jetzt haben wir hier noch. Ein Aschenbücher. Es ist ein Huff and Puff. Ich dachte, du warst der einzige, der diese Krabbrand schmiert. Oh, mir kommt dann gerade zum zweiten Mal. Eine ganz komische Idee. Er brachte Wein. Klasse. Poor Mädchen. Oh, da, guckt mal da. Könnt ihr es hier sehen? Da ist ja der Dress schon. Der Schnellmütchen Dress. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh, no. She must have been wearing it. He killed her and then... And then he took it back off. No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. What? What are you thinking? This is the same dress as the one in the book about snow. No, I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It fits. He's acting out scenes from the book. That poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... Georgie took advantage of her when she was in trouble. He's a real predator. She must have been so scared. What is it, when I... Also here, Mr. Bigby... What is it, when I actually... ...Ig irgendwie... ...an Geistesverlust leide? Maybe she couldn't see you coming. With my obsession, bezogen on Snow White, would that whole thing even pass. Do you smell something? No. Just apple. Hmm. Oh no, there's more? What? What now? It's got a single bite taken out of it, like in Snow's story. Oh no, do you think it was poisoned? It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course. That makes perfect sense. He's just acting out another part of the book. God, I can see the whole picture now. It all goes together like you said. This creep put that girl in a Snow White dress and recreated the whole story from the book. With the apple and the deep sleep and everything. You're a better detective than I thought you'd be. Thanks. So he planned it all out. He had all the details noted down. Only then, when it comes time to kiss her and wake her up... Yeah. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Oh. Oh. Ich hätte den Gedanken immer schon vorher, dass ich das sein könnte. Aber das ist eigentlich sehr abwegig. Aber auf der anderen Seite passt das auch irgendwie. Hm. Was haben wir da jetzt drin? Hm. Ein Foto von Snow White. Oh. Was haben wir da jetzt raus? Was haben wir da jetzt raus? Ich habe das Bild von der anderen Seite. Ich habe das Bild von der anderen Seite. Was? 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 Und er sieht's natürlich im Mirror. Unzerstörte... ...Mirror. Dann wird der Spieglein, Spieglein wohl tot. Und Episode 2 durch. Er könnte jetzt nach dir sein. Gut! Ich bin tot, um meine Hände auf dem... ...dasselten Weasel zu bekommen! Ist das wirklich so einfach? Ist das wirklich so einfach? Ja! Tweedledum? Ne, Tweedledee war das ja. Gezwungen zu sprechen. Hm. 91,9% aller Spieler haben Snow mitkommen lassen. Das ist mal eine überwältigende hohe Anzahl. Ah, fast 70% haben Georgie nicht geschlagen. Guckt mal an. Und 77,8% haben Biesten nicht weiter geschlagen. Seht ihr mal? Die Menschen, die hier The Wolf Among Us spielen, scheinen doch weitestgehend gute Menschen. Ja, damit wäre auch Episode 2 abgeschlossen. Und das passt auch, denn meine Folge ist auch abgeschlossen. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, denkt dran, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Episode 3 wieder. Bis dahin, haltet den Kopf oben, euer Amano.